Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Was gibt's Neues? Neues gibt's nix. Immer wieder selbe, Rudi. Jeden Tag dasselbe. Ne, 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 wir haben schon Neuigkeiten. Echtet? EU-Parlament, die linken Fraktionen wollten mehr Geld haben für Erasmus, Bildung und auch mehr Geld für die Grenzsicherung. Also das Parlament hat von der Kommission mehr erfragt und die CDU und die anderen haben alle abgelehnt und die CDU hat dann auch noch für einen AfD-Antrag gestimmt. Ja, das ist zu erwarten. Also ich wundere mich jetzt überhaupt nicht mehr. Die Rechten haben die Mehrheit im Parlament, das ist schon lange so. Und ja, da müssen wir durch, ne. Wenn wir es nicht schaffen, auch Mehrheiten zu gewinnen. Ich meine, guck dir die Grünen an, guck dir diesen Lindner an, nee, von der FDP, wie die mit der Zukunftsbremse umgehen. Die halten ja... Er ist ja in New York, ne? Ja, ja. Ein Währungsfonds oder irgendwo da so, ja, wo man ihn... Da muss er wieder Ideologen sprechen, muss er da wieder produzieren, von der Freiheit des Marktes und was der Markt alles regelt, ja. Ich meine, der Habeck versteht es ja so langsam, aber der Lindner, der ist sowas von auf den Kopf gefallen, der lebt immer noch vor 50 Jahren. Aber er will, sobald er wieder zu Hause ist, sobald er zurückgeflogen ist, will er Ordnung schaffen hier. Ja, 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 ja. Das ist halt so. Der Gitarisch da, der kommt ja auch und fliegt ja auch überall rum, ist ja auch schon beachtlich, aber rauskommen tut dabei immer eher nichts, ne? Ja doch, es kommt schon was bei rum. Propaganda-Erfolge für Diktatoren, ja. Und genau, statt dass die mal sich an den Job machen, die UN zu reformieren und diese unsägliche Einstimmigkeit im Sicherheitsrat zu beseitigen und, 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 und. Ne, brauchen die alles nicht, die bleiben lieber unter sich. Die sind auch so Komfortzonenbewohner, diese ganze politische Kaste auf der Weltebene. Die machen seit Jahrzehnten miteinander Politik. Bloß keine neuen dazukommen, keine... Moment, 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 Moment. Du sagst, die machen Politik? Ne, das ist für mich keine Politik machen. Politik machen bedeutete für mich, dass Ergebnisse produziert werden, die der Zeit entsprechen. Aber genau das passiert ja nicht. Die sitzen auch nur aus. Die sitzen nur aus, genau. Die bringen es nicht fertig, irgendwo kriegefriedig zu lösen, geschweige denn. Den Naturschutz wirklich zu betreiben. Da werden Sprüche gemacht, da sitzen hunderte, tausende beieinander und schwätzen miteinander. Es ist gut, dass wir darüber geredet haben, sagen die Sozialisten. Bis auf der Bühne rumgetanzt haben wir auch, so wie Elon Musk hinter Donald Trump. Genau, der Elon, der spendet ja täglich eine Million für irgendwas und irgendjemanden. Das ist aber keine Wahlbeeinflussung. Nein, nein, das haben die Muslimbrüder in Kairo auch gemacht. Die sind von Tür zu Tür gegangen, haben eine Flasche Olivenöl gebracht und einen kleinen Sack Reis, so ein Kilo Reis. Und haben dann gesagt, wählt uns, dann kriegt ihr mehr. Genau. Und ja, mir ist da nochmal aufgestoßen, war mir gar nicht mehr so im Kopf. Aber Hitler hat das auch schon so gemacht. Der hat also den Gewerkschaften das Geld weggenommen und hat dafür VW aufgebaut. Hat ja das ganze Kapital der Gewerkschaften dem Staat zugeordnet, die Mitgliedsbeiträge. Vielleicht will Trump ja jetzt auch an die Beiträge der amerikanischen Gewerkschaften und kann ja ein bisschen Elon hinterher untersuchen. Ja, er muss ja auch ran, er ist doch nicht profitabel. Der Trump ist seit Jahrzehnten nicht profitabel. Da hat man ein bisschen Geld geerbt. Das hat sich dann alleine vermehrt, weil er nicht da dran gegangen ist. Und ja, und ansonsten hat er die Deutsche Bank beschissen. Weil die haben sich bescheißen lassen. Es ist schon dramatisch, würde ich jetzt mal behaupten, was sich da auch abspielt. Über Vorratsdatenspeicherung will ich gar nicht mehr nachdenken. Ich finde das sowas von unterirdisch, was sich die liberale, freiheitliche deutsche Politik da leistet. Freiheit für kriminelle Terroristen. Bloß keine IP-Daten speichern, keine zwei Wochen. Das geht alles so nicht. Wobei, das kommt ja gar nicht mehr in den Nachrichten. Es gibt immer noch einen Richtervorbehalt. Das heißt, ohne dass ein Richter, ein unabhängiger Dritter, da drüber geguckt hat, gibt es keine Zustimmung dazu. Das ist ja nicht so, dass die einfach nur können, wie sie wollten. Das ist richtig. Es gibt diesen G10-Ausschuss, glaube ich, im Prinzip, der das auch noch mit zu genehmigen hat. Aber die deutsche Politik ist ja der Meinung, Computer-Datenschutz wäre Kriminalitätsschutz. Also das muss schon sein. Und Lindner ist da auch wieder derjenige, der das voranträgt. Es gibt Möglichkeiten, das vernünftigste. Nein, ich finde auch, dass meine Daten geschützt werden müssen. Aber nicht unbedingt vor staatlichen Untersuchungen, wo ich sowieso rausfalle, weil ich eine komische Visage habe wie kein anderer Verbrecher. Also von daher habe ich da das Vertrauen in den Staat, dass er mir da nicht morgens um drei Uhr vor der Tür steht, weil ich einem Verbrecher ähnlich sehen könnte. Also das geht mit meiner Vita gar nicht. Mit all meinen Daten im Netz geht das gar nicht. Nein, das ist wirklich aus der Zeit gefallen. Das stammt aus der Zeit der Kaiser und Könige, wo die als unumschränkte Herrscher unterwegs waren. Mit der Postkutsche, ja. Mit der Postkutsche. Und man dem Staat gegenüber täglich hat misstrauisch sein müssen. Waren keine demokratischen Staaten. Da ist die Ideologie entstanden, die uns Lindner und wie heißt sein komischer Finanzministerin... Interessiert mich nicht. Ja, genau. Das muss endlich mal in den Griff gebracht werden, damit wir hier auch mal wirklich mehr Ordnung kriegen, auch im Datenbereich. Das ist jetzt provokativ, auch nicht ausgewogen, aber da können wir auch gerne drüber diskutieren. Macht doch mal einen Kommentar da unten. Ja, ja. Wenn euch das so am Herzen liegt. Ah, ja. Kriegen wir auch noch hin. Wir kriegen ja auch unsere lieben Kommentare überall in den Sozialen Medien. Halten selber die Meinungsfreiheit hoch, solange es ihre eigene ist und der Rest kann weg. Also du kannst weg, ich kann weg. So, und wir gehen jetzt auch weg. Vielleicht sehen wir uns morgen wieder, wenn ihr wollt. Einfach mal abzumieren. Wir sind immer noch da. Ja.